Hallo euch allen, das sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der The 50s Serie. Hall of Fame Worthy, es geht aber noch um Derrick Brooks. Eine Zwei-Stern-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir nicht mehr als 50 Passing Yards zulassen. So, wir sind in den Farben der Tampa Bay Buccaneers auf dem Feld. In den Farben von Brooks' Team. Superbowl-Sieger damals unter John Gruden. Wir haben einen ersten und fünf der Minnesota Vikings vor der Brust. Der Ball ist an der 50-Jahr-Linie, er steht 35-35 im vierten Quarter, noch drei Minuten zu spielen. So, wir gehen auf einen Overstorm-Brave. Versuchen gleich mal Kurt Cushens unter Druck zu setzen. Laufspiel und da geht mal überhaupt nichts. Cook verliert, oh nein, gewinnt noch einen Yardwatt. Der ist an der 46-Jahr-Linie. Wo haben die denn den Ball positioniert? Okay, also dann. Zweiter Versuch und neun. Wir blitzen mit dem Overstorm-Brave. Bleiben also aggressiv. Cushens direkt wieder hinter dem Center. Wieder ein Laufversuch. Der Ball an der 47-Jahr-Linie. Das ist ein Dritter und Acht. Ein Dritter und Acht und wir gehen in einen Zonenblitz hinein. Nur drei Mann in der D-Line. Der Bucks. Oh, Mist-Tackle, aber. Gott sei Dank war da unsere Defensive-Bax da. Stoppen die Angriffsbemühungen der Vikings. Vierter und Fünf. Wir versuchen diesen Punt zu blocken. Der Turnieren werden wir hier eh nicht können. Boah, das war knapp. Oh, der geht Gott sei Dank in die Endzone. Da haben wir Glück gehabt, sonst hätten wir eine richtig schlechte Feldposition gehabt. So starten wir an der eigenen 20 mit einem ersten Versuch und 10. Da kommt unser Quarterback aufs Feld. Deck Prescott. Da habe ich da gerade irgendwas auf konservativ gestellt, aber auf aggressiv. So, 1,49 haben wir Zeit. Wir haben im Gegensatz zu den Buccaneers noch alle drei Auszeiten. Wir starten mit einem Screen auf Elliot. Da hat er Vorblocker und das ist dann natürlich großartig. First Down an der 44-Jahr-Linie. Gutes erstes Play der Bugs. So, Flut Drive. Wir achten auf Cooper, der kommt gleich von der rechten Seite. So, der Mike Cooper ist schnell. Geht ins Ausland der 37-Jahr-Linie. 1.10 für Tampa Bay. So, wir dürfen hier nicht zu schnell scornen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen ja nur maximal 50 Passing Yards bekommen. Also lasst uns hier mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. First Down an der 27-Jahr-Linie heißt. Jetzt sind wir in einer sicheren Field-Goal-Range. Und lassen uns jetzt den Ball Richtung Endzone tragen von Elliot. An die 24 kommen wir. 2.07 und die Uhr läuft weiter. Letzte Spielminute hat bereits begonnen. Elliot mit dem Run an die 15-Jahr-Linie. Der Ball ist in der Red Zone. Neuer erster Versuch am 10. Elliot über die rechte Seite. So, der Ball an der 10-Jahr-Linie. Jetzt kommt schon in aller Ruhe die Field-Goal-Unit auf das Feld. Da hinten sehen wir das Piratenschiff und das Piratendorf in Tampa. Eine großartige Geschichte. Wir lassen die Uhr ruhig noch ein bisschen runterlaufen. Dann haben wir den Vikings nämlich nicht die erforderliche Jahrzahl an Passing zugestanden. Wohl 38 zu 35. Damit müssten wir eigentlich alles geschafft haben. Drei Sterne. Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Derek Brooks. Macht's gut. Ciao.